Die Handchirurgie ist das Gebiet, was sich damit beschäftigt, wenn Sie Probleme an der Hand haben, sei es durch einen Unfall, sei es durch Verschleiß, wo Sie im Alltag eingeschränkt sind, sich damit zu beschäftigen und Ihnen dazu helfen. Das können vielfältige Möglichkeiten sein, ob das jetzt konservativ ist durch verschiedene Schienenbehandlungen oder Medikamente, aber auch natürlich wir als Handchirurg, wenn es operative Möglichkeiten gibt, Ihnen dazu helfen. Das können kleinere Eingriffe sein, ambulante Eingriffe, aber auch größere Eingriffe, die das nach sich ziehen kann.